Sport war für mich schon immer etwas ganz Besonderes. Schon als Kind war es der Mittelpunkt meines Lebens. Während meiner Zeit als Tennisprofi habe ich gelernt, Disziplin und Durchhaltsvermögen zu entwickeln. Nach fünf Jahren auf der internationalen Tennis-Tour habe ich mich entschieden, ein Vollzeitsportstipendium in den USA anzunehmen, wo ich einen Abschluss in Kommunikation, Business, ein Master in internationalen Beziehungen erhalten habe. Durch das viele Reisen hatte ich immer schon ein Interesse für die verschiedenen Länder, Kulturen, Integration und Entwicklung. Deshalb habe ich beschlossen, meine Leidenschaft, meine Träume und meine Ausbildung zu kombinieren und gründete eine Sportconsulting-Firma. Mein bisher größtes Projekt war eine gemeinnützige Organisation zu gründen, Dreamcourt Inc., deren Ziel es ist, die Lebensqualität der Menschen mit Behinderungen durch den Tennis-Sport zu verbessern. Meine Vision motivierte mich, jeden Tag mit voller Energie aufzustehen, um zur Arbeit zu geben. Hoffnung zu bereiten und Leben zu verändern, bekam nicht nur das Motto meiner Organisation, sondern auch mein eigenes. Desto mehr Leute ich glücklich machen konnte, desto glücklicher wurde auch ich. Allein Unternehmerin zu sein, war und ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Ich bewies aber, eine Selbststatterin zu sein, über den Tellerrand hinaus zu denken und tägliche Probleme in verschiedenen Arten zu lösen. Nun kann ich es kaum erwarten, eine neue Herausforderung zu bekommen und meine Talente in einer anderen Ebene einzusetzen. Speciallympics inspirieren mich, mehr zu geben, Tiefe zu leben und mich mehr für andere Menschen einzusetzen. Die Sommerwelt-Spiele erweckten mir den Wunsch, bei der Bewegung teilzunehmen, die Eunice Kennedy-Schreiber in 1968 begonnen hat. Dazu hin verliebte ich mich in die Team-Atmosphäre, die das österreichische Team in L.A. ausstrahlte. Ich möchte nun auch dem Team in Organisation und Planung das größte Sport- und humanitärische Ereignis in 2017 beistehen. Wenn intelligente Menschen für eine gemeinsame Vision zusammenarbeiten, dann kann das eine magische Wirkung verursachen. Mein Herz schlägt für Österreich, stellt mich an.